Im Halbschlaf, vor dem Aufwachen, ein neuer Tag bricht an, Herbst. Es klopft im Kopf, träume ich. Meine Gedanken schlagen Kurzelbäume im Wirren durcheinander. Mein Bauch brummelt, Magen verweigert die Frühstückslust. Die müden und schweren Augen wollen sich nicht öffnen. Ächzend erheben sich die Rollläden und lassen graues Tageslicht ins Zimmer fallen. Ich will es nicht sehen und lasse die Augen geschlossen. Geräusche erreichen meine Ohren. Vertraut klingt das Summen des Rasierapparates. Meine Blase macht sich bemerkbar. Ächzend erhebe ich mich nun auch und schnurfe schwerfällig ins Bad. Ein graues Gesicht im Spiegel schaut mich an. Bin ich das? Muss wohl so sein, denn mein Spiegelbild zieht Grimassen wie bei meiner Gesichtsgymnastik und grinkt mich schließlich an. Na, bist du wach und wohlauf? Nee, ich strecke mir die Zunge raus. Zurück im Schlafzimmer guckt mein Bett mich verlockend an. Nein, der neue Tag hat begonnen und der Alltag ruft.